Hallo! Hallo, ja, Imani! Hallo, ja, Imani! Und wie ist es so, zu essen und beobachtet zu werden? Imani denkt sich gerade, ja, iss, 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 damit ich gleich auch gut essen kann. Musik Eine neue Woche beginnt. Wir fangen sportlich an. Turnaround! Turnaround! Turnaround bedeutet umdrehen, Louisa. Turnaround! Starkes Trikot. Das gibt's nicht überall, das hab ich bekommen, exklusiv. Und es ist noch umgewaschen vom Spiel gestern. Stinkt also. Mit originalem Geruch kriegt nicht jeder Schweiß. Auch in der Türkei wird Louisa supported. Sie ist Traktor, Panzer, Bohrmaschinen und ich unterstütze sie. Traktor, Panzer, Bohrmaschinen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts! Was ist der Plan? Was willst du trainieren heute? Mein Trizeps. Janna, wer will Faxen machen hier? Ich sag dir was passiert, wenn jemand was über unseren Oberhaupt Nada Mr. Nada sagt. Hey, Mann. Ich fühl mich geehrt. Was hast du gesagt? Aus! 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 Imani! Wir supporten Mama. Ja, ja, gute Übung. Stark, starke Bewegung. Sehr gut, sehr gutes Training. Kennt ihr noch den Satz von Mourmet Adi? Suffer now and leaves the rest of your life as a champion. Mila hat den Satz auch mal gesagt. Ihr wisst Bescheid und das ist das Motto. Wir motivieren Luisa, wir motivieren uns gegenseitig. Motivation muss von innen kommen. Jalla Luisa, noch 74. Ne, Serie, ja. Okay Luisa, immer in den Pausen Stress suchen, komm. Damit Testosteron oben bleibt, jalla. Bravo, bravo, bravo. Luisa, wir sind sehr stolz auf dich. Imani ist zwar eingeschlafen, aber glaub mir, sie ist sehr stolz auf dich. Starke Lästung. Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt, Leute. Wir gehen jetzt erst mal essen. Ohne Essen funktioniert nämlich gar nichts. Ohne Essen funktioniert nämlich gar nichts. Ohne Essen funktioniert nämlich gar nichts. Wie geht's dir, Bratan? Sie ist sauer. Warum ist sie sauer? Sie wollte weiterschlafen, wir haben sie geweckt, normal. Du bist tiefschlafen, ich weck dich. Komm mal her, ich muss doch was wegmachen, was du nicht richtig gemacht hast. Kannst du nicht Mascara legen, Mann, jeder kann das doch, Mann. Ich kann's auch. Ey, boah. Wir werden gleich abgeholt. Wir haben Kontakte. Von einem krasser Auto haben wir gehört. Wir sollen Ausschau halten nach einem roten Auto, Luisa. Soll ein krasser Auto sein. Wir haben hier jemanden kennengelernt, er ist Selçuk. Er meint, ich bringe euch jemanden vorbei. Er kommt euch abholen mit einem rote Bordeaux-roter Auto. Letztes hat er zu uns gesagt. Er macht nur VIP-Reisen. Jetzt bin ich gespannt auf seine VIP-Reise. Ich rechne mit Lamborghini. Die Farbe rot kann nur ein Lamborghini sein. Bro, hallo, you come from Selçuk? Tamam, thank you, thank you. Ja, Mann. Genau so hab ich's mir vorgestellt. Richtig nach Furz einfach, Luisa. Was passiert hier? Sind das normale Geräusche? Wir sind wieder in der City. Aber ey, die Ecke kannten wir noch nicht, Luisa. Wir sind hier in irgendeinem Bazar. Willst du was kaufen? Ja, lass einfach gucken. Vielleicht finden wir was Cooles. Einmal ein Aschenbecher und einmal das für Kaffee. Für deine Morgenzigarette mit Kaffee, ja, wenn du Kacken gehst. Full-Ton-Tee. No, no, wir haben unseren Tee, Mann. No, no, kein Erkältungstee. Wir trinken nur Tee von Batman. Diese Tee wir trinken nicht. Yalla, make good family price. 4.50 Liter. Tamam, I give you 400. Ach, brother. Bro, ja, ja, bro, sag ich zu ihr. 4.40 Liter. 4.40? Ja. No, I give you 4.20 Liter. Kholas, deal. 4.30 is okay. 4.30 is okay. For you is okay. For me is not okay. Ich fahandu da nicht mit Ewing pali. Take 450 is okay. MashaAllah, madame is very beautiful. Ja, ja, it's my madame. It's very beautiful, ha? MashaAllah. Ja, ja. My perle. That way,'re I same with you, baby. Baby. Bye. Baby. 23,4. Baby. Baby. Happy situation. Baby. 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 Hallo, hallo, hallo! Wo ist Batman? Kommt er? Jok. Wo ist Jok? Whatsapp Video? Whatsapp Video? Wir rufen jetzt Batman an. Yallah Batman. Salam Aleikum Abi. Batman, wo bist du Batman? Wie geht's Bruder? Wir wollten deinen Tee trinken. Dankeschön, meine Platz, deine Platz nicht vergessen, ja? Dankeschön, Dankeschön. Meine Frau ist auch da, guck mal. Oh, MashaAllah, how are you? Hallo, wie geht's dir? Was du möchtest, sind alles deine. Kaufen oder nicht kaufen, egal. Dein Charakter, MashaAllah, Halal Charakter. Ich geb dir jetzt deinen Kollegen, kannst du ihm bitte sagen, er soll uns den Tee machen, den du uns das letzte Mal gemacht hast? Und diese Tee, wo ich mit zwei Kindern nächstes Jahr komme, diese will ich. Gut, relax. Gut, relax, Tee. Meine Frau braucht ein bisschen relax, sie ist angespannt. Wir sind hier mit unseren Cousins. Was war dein Name? Abdullah. Abdullah. Das ist dein Cousin von Batman. Du leben in Deutschland? Ja, ja, wir leben in Deutschland. Berlin. Gorbachev, verstehe? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was ist dein Job? Mein Job ist Fußball, Soccer. Du hast Fußball? Nada zeigt, wer seine Fußball steht. Deine Tee-Shirt. Red, Tee-Shirt, Boxer. Boxer, Tanga, red. Everything red. Nada muss zum Fruiser. Seine Seiten sind nicht mehr frisch. Was ist los? Was hast du versucht zu erklären? Ich habe versucht zu erklären, sollen meine Haare nicht verkacken, bitte. Hast du Angst? Ja, wunder mies. Zitter nicht. Er will mir eine Farbe andrehen. No, no. Only pink. Bis jetzt, was sagst du? Bis jetzt, er hat meinen Kopf auseinandergenommen. Ich habe einfach Schmerzen. Er drückte doll, aber es ist gut. Es ist gut. Ich muss dieses Wort gut sagen, damit er denkt, es ist gut. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu hoch der Übergang. Ich finde auch. Er nimmt mich auseinander. Ich drückte die Daumen. Alles wird gut, ned? Nichts wird gut, Mann. Guck mal seine Moves. Er verkackt, er macht diese Moves. Was passiert? Ich sagte, er hat mich auseinandergenommen. Abi! Alemania! Okay, let's go! It's Match Day! Du siehst das? Das. Okay. Du weißt, warum ich hier leben könnte? Warum? Wallah, egal wie man genervt ist, ich liebe diese Kultur. Wallah, ahler Trinkgeldfisch haben wir jetzt. Obwohl er eigentlich nicht verdient hat nach dieser Route, wa? USL. USL, 150. 150. 150? 150? Ha, ha, ha. Abibi Ashaban! Abibi Ashaban! Wir befinden uns gerade im Flugzeug. Wir landen gleich in Berlin. Wallah, Leute. Imani wollte dreieinhalb Stunden einfach spielen. Sie wollte unterhalten werden. Wallah, sie hat uns auseinandergenommen. Genau jetzt, zehn Minuten vor der Landung, sie schläft einfach. Okay, Imani schläft, ja Allah, Imani schläft. Jetzt klatschen die alle. Back in Germany. Riechst du diese Luft? Ich hab gefurzt, was für Luft, lass mal raus. Hier, zwei Masken. Dankeschön für die Maske, mein Perle. Was wäre ich ohne dich? Ein Mann ohne Kind und ohne Perle. Was bin ich mit dir? Ein stabiler Typ. Yalla, let's go! Wir sind einkaufen. Der Kühlschrank ist leer. Wir waren im Urlaub. Wir brauchen Nachschub. Wir brauchen Vitamine. Wir brauchen Endorphine. Wir brauchen Melatonine. Ey, boah. It's the first time to go out with Kinderwagen. Das erste Mal, dass Imani einfach ruhig ist. Ja, sie schläft. Einmal haben wir versucht, sie hat direkt geweint. Jetzt ist sie das erste Mal ruhig. Imani, bist du bereit für die große weite Welt? Lass dich mal auf, ich will auch fahren. Glaub mir, Mann, was Babywagenschieben angeht, bin ich Profi. Ich kann dir da viel beibringen. Um die Schulter gucken, ohne die Kontrolle zu verlieren. Zehn Minuten ist das gut gegangen. Imani hat angefangen zu weinen. Was ist los, Bob? Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid eingeschlafen.